Guten Abend, wieder zurück zu Warcraft 3 Frozen Throne. Nein, hier ist nicht Saxon Let's Player. Nein, hier ist wieder Mark S. mit Let's Play War... War... Nicht World of Warcraft. Warcraft 3 Frozen Throne. Und wir sind durch mit der Kampagne. Unser Prinz ist jetzt hier zum Fresh Lich King aufgestiegen. Das heißt, wir haben Sentinels, also nach der Elfen haben wir durch. Alliance, Menschen haben wir durch. Scourge, Undead haben wir durch. Jetzt gibt es noch eine sogenannte Bonus-Bonus-Campagne. Und die ist von den Orks. Act 1. To tame a land. In den Monaten nach dem Kampf an Mount Hyjark. Warchief Rall führt... Warchief Rall die Horde... Der Satz ist ja furchtbar. Führt Warchief Rall die Horde zurück in die inneren Barons of Kalendor. Oder die Trockenländer auf Kalendor. Freed at last from generations of demonic corruption. Endlich befreit von... Generationen von dämonischer... Vergiftung? Was ist Corruption auf Deutsch? Und man... Die Orks look forward for building a new homeland for themselves in Kalendor. They set in a harsh, rugged land near the Barons Eastern Shore. Fraunland, the new duration, Durotar, in honor of his heroic father. So, das ist also die Gründung von Durotar. Ich weiß, wie sein Papa hieß. Duracell? Ich habe wandert allein für viele Jahre, little Misha. Yet, manchmal sogar ich, auch wenn ich wäriere dieser Endlich-Solitud. Ich habe gesehen, die andere Räste. Ich habe gesehen, ihre Schwabbelung, ihre Ruflessness. Their Wörter machen nichts, aber scarr die Lande. Und drive die Wild-Things zur Extinction. Nein, sie können sich nicht vertrauen. Nur die Böste sind über die Verkauf. Eine Kampf. Komm, die Möngerinnen. Lass die Stille von Mogren, Jax. Hör schnell, ranger. Du darfst nicht allein sein. Oh, oh! Damn, die Cowards! Your stomach's been split open. I can do little to ease your pain. I know. This should be a good death, if not for my failure. Failure? I was to deliver a crucial report to my chieftain in the lands below. But now... I have failed him. I have lost my honor. I will deliver your message, old one. For the sake of honor, I will uphold your charge. A come of Ushwarya. Thank you. Seek out the city of Orgrimmar. Find Warchief Thrall. Tell him. May the winds bear you swiftly to your ancestors, warrior. Well, Misha. It seems like we will be seeing the civilization after all. Let's move on. Oh, my strength. Oh, my strength. Oh, my strength. Muss ich... Da komm ich her... Ah, ja. Stimmt, aber... Wieder wieder über den Wurststein. So, gut. Was können wir denn so? Wir können Misha summonen. Weinen das haben wir bereits. Geht glaub ich nur einmal. Ähm... Nen quirl beast. Lass er... Unlösh meine strength. Unsere gott werden announcements. Öh. Doppel öh. Ich habe den Sint. Ich will die Welt. Ich habe den Sint. Auf der Brücke. Ich habe den Sint. Mein Torhüter. was ist denn der kohle kriegt der kopfgeld ist ja lustig nein ich bin fertig vielleicht nicht ganz so viele hallo jungs ich habe mich mitgebracht ja danke für die hilfe haben sie echt so ein warrior city i have not seen its like in many years stay close to me misha shore up those supports when the razor winds kick up again they'll tear those roofs right off yes war chief a moment war chief i come to deliver a message how did you come by this report where is mogran he fell in the wild his last wish was that you receive this message who are you warrior i am rexar last son of a mock nathal mark nathal i've heard tales of your people they had both fork and ogre blood in their veins it is an honor we've built this kingdom duratar for all of our kind duratar is as much your home as it is mine rexar stay a while except what hospitality we can offer it is the least we can do perhaps i have spent too long in the wilds your offer is kind to all but i must carry my own weight just show me what needs doing i'll burn my key i understand founding a nation is tiresome work and there are many around here that can use your help simply talk to them and they will point you in the right direction this is rohkan of the darksphere tribe he is one of my best scouts how are you doing man okay und den here you man hallo man was ich sagen wollte das hat mich so ein bisschen aus der haupt ja soll es wahrscheinlich auch so an 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 wo wir in net kann der jetzt der kann heilen ist schon mal gut der kann schieben beziehungsweise froschen i'm ready to track und dann können wir hier my quarry nears ah you're one of the makna thal i am drektha i fought alongside your elders on dranor many years ago still if you've come to help i do have a simple task for you i've been concocting a special potion that will aid our warriors in battle however i'm missing a key ingredient i require shimmer weed but a rare herb can only be found in the valley known as thunder ridge normally i would gather the herbs myself but the thunder lizards from whom the valley is named have become increasingly hostile of late if you retrieve six bushels for me i will reward you handsomely we are ready to track greetings warrior i am nassgril captain of the war chief security force we've been having problems with the indigenous creatures attacking our borders perhaps you can help the harpies of the northern foot hills been ransack our supply caravan for weeks if you can find their lair and put an end to their rampage i'll see to it that you're rewarded main quest so und jetzt hier unten die schwungtypen und dann können wir uns überlegen was jetzt zuerst machen ah new guy huh i'm gazlo chief engineer around these parts but enough about me we got work to do buddy you see me and my boys have been dredging out tunnels beneath the city looking for underground wells problem is we dug straight into a den of kobolds now those rat freaks are running willy nilly all over our tunnels i need you to hook up with my boys and seal those kobolds back in their hole yeah just find the tunnel entrance outside of town and my boys will set you straight okay nehmers tun nehmers kobold nehmers tun 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 die alle noch mal wieder das ist ja das gibt es hier noch weggeschneckt Was liegt vor mir? Ich habe besser was zu tun. Auslösch meine Kraft. Ich schläge auf Instinkt. Unsere Reise können verbrechen. Ich habe den Weg gebracht. Ocrow-Tunnel. Die Goblins haben tief in den Boden geflogen, in search of water for the orcs in their home. Die Goblins sind Master-Diggers, die wenig aufgrund der Verbrechungen der so viel Soil verbrechen. Ich bin bereit, um zu versuchen. Was liegt vor mir? Unsere Reise können verbrechen. Wow, du bist ein großer. Gazlowe-City sendet ein bisschen Mussel. Haben deine Goblins einen Plan? Natürlich. Wenn du das zu nahe genug zu den Tunnel-Supportbeamern bekommst, dann werden wir sie in die Schmitterhäden verbrechen. Ich glaube, dass du das Schlauch auf der Oberfläche auf der Oberfläche und unsere Probleme richtig gut verbrechen hast. Wenn du siehst, dann wird es cierp. Jetzt duckst du den Weg. Sie schlagen dich an. Ich schlagen mich an Instinkt. Was ist hier gerade ein bisschen aufsteigen? Was liegt vor mir? Mein Korn, Herr. Ich würde nicht mehr aufsteigen. Uh! Entschuldigung. Wie war es in Jahren? Fluss sie aus. Ich wandere alleine. Ich bin einfach. Was gibt's hier so? Jetzt werden wir erstmal nach da oben. Ich habe den Scent. Ich wandere alleine. Es ist nur ein bisschen hier. Ich habe den Scent. Unsere Weg werden verbrechen. Ich wandere alleine. Es geht immer weiter hier. Ich bin bereit, zu tracken. Komm, neunzig. Ich fühle dich. Also, die Mana Regeneration Rate ist wieder mal absolut erbärmlich. Wir müssen doch gleich nochmal Misha beschwören. Na, cool. Ach, die gehören jetzt mir. Ach, die gehören mir. Das ist gut. Das ist gut. Fluss sie aus. Das ist gut. Was haben wir hier? Magical Hammer? Ja, gut. Hilfe. Halb Hammer. Ähm, äh, oder permanent. Permanent Bonus. Stopp. Das hältst mich hier. Ähm, wohl? Ach, doch. Hier wird. Das ist nicht nur noch. Ich kann hier. Was ist denn? Friedman! Auf geht's. Kaboom. Für alle meine Freunde! ja und jetzt gesprengt moment wie wir das gerade nein logge ja die kaboomobility ja ja das soll nicht sein na gut wir können ein bisschen heilen Ich bin bereit, um zu vertreten. Fliege sie weg. Ich bin bereit, um zu vertreten. Ich könnte ein paar Items mehr gebrauchen. Das ist echt ein bisschen schwach. Ach, wir nehmen weiter mit. Wo ist das Problem? Das ist schon eher was, was ihr hier brauchen könnt. Ich bin bereit, um zu vertreten. Ich schaffte auf Instinkt. Ich bin bereit. Ich habe schon wieder kein Manner. Aber das geht jetzt hoffentlich schneller, oder? Manner Regeneration, Rune Raid? Nicht zu worry. Sei froh. Ich habe meine Kraft. Du kannst sie raus. Ich bin alleine. Ich acte auf dem Stil. Unsere Reise verbrechen. Ich habe den Stil. Er kriegt... ...äh... 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 Was? Ich bin bereit. Okay, wenn die alten Fingern hier nachbauen, dann... Eieieiei... Ja, unangenehm. Klapp, kannst du trinken hier? Was ist passiert? Ich bin bereit. Ich bin bereit. Töne gar nicht mehr auf. Ich bin bereit, zu trinken. Unser Sprengtypen... Ja... Sprengtypen... Ich bin bereit. 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 Und... Ich bin bereit! Ich bin bereit.